Europa League, Leipzig darf auf Gruppenphase hoffen Fußball Bundesligist RB Leipzig darf sich berechtigte Hoffnungen auf das Erreichen der Gruppenphase in der Europa League machen. Die Sachsen kamen im Hinspiel der Playoffs beim ukrainischen Vertreter Soja Lugansk trotz langer Überzahl zwar nicht über ein 0 zu 0 hinaus, erarbeiteten sich aber dennoch eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Donnerstag in Leipzig. Lugansk-Mittelfeldspieler Bogdan Letnev hatte nach einer Tätlichkeit an Marcelo Sarraki schon in der 17. Minute die rote Karte gesehen. Leipzig verpasste danach zahlreiche Chancen auf den Sieg.